Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Asche und Kollegah Natural Born Killers Das letzte Release von Kollegah Alpha Gene 2 erschien im Dezember 2019. Asche releasste erst vor wenigen Tagen seine History EP. Nachdem sich Kollegah von seinen bisherigen Label Künstlern Gant und Jigsaw getrennt hatte, besteht Alpha Music Empire aus Asche und Kollegah selbst. Jetzt steht das erste Collabo Album der beiden an. Natural Born Killers beinhaltet 14 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Alpha Music Empire und erscheint als Box. Dicker Oh Yeah Dicker hat eine erklärte Mission, Rap wieder in die Kinderzimmer zu bringen und dementsprechend auch geeignete Texte und Inhalte zu transportieren. Hinter dem grauen Nashorn steckt kein geringerer als Seraphinale, welches wohl als Rapper als auch als Texteschreiber schon sehr lange aktiv ist. Oh Yeah kommt mit 12 Tracks und beinhaltet Features von Lea, Mark Forster und Sido. Das Release kommt über Karussell und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf. Ciao.